Unser Schleicheinsatz geht weiter, wobei so viel geschlichen sind wir jetzt auch nicht. Also Schalldämpfer ist eigentlich trotzdem recht unnötig gewesen. So, da drin sehe ich ja schon unser nächstes Sekundärziel, ist ja prima, nimm mit. So, du hast ein Planungsdokument mit dem Vermerk Duststorm gefunden und das wäre dann schon unser drittes Sekundärziel. Hat alles prima geklappt. Okay, jetzt dringen wir weiter in das Gebäude vor. Ich meine, da bringt eigentlich Schalldämpfer auch nichts mehr, weil wir schießen durch die Scheibe und dann ist... Okay, nee, der hat gar nichts gecheckt da drüben. Obwohl sein Kumpel neben ihm erschossen wird, tut der andere nichts dergleichen. Gut, vielleicht haben sie sich auch gehasst, wer weiß. Dann war es ihm nur recht, dass er tot ist. So, da will ich rein. Da stand ich ein bisschen zu dicht. Was ist das? Ah, wieder so eine. Ah, hier haben wir eine Walther 2000 und das andere ist eine Mech Elite. Nee, das ist der M2. Wuuuuh! Ja, ja, warte mal, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, also ich glaube, die behalten wir erstmal. Nee, finde ich doch ganz nett. So, dann, äh, ja. Wie kommen wir jetzt hier lang? Ist halt, ist halt, ist halt voll dumm. Weißt du, man hat einen Schalldämpfer, man muss ruhig sein. Die Holzpaletten, die muss man aber kaputt schießen. Natürlich logisch. Der wartet schon auf uns irgendwie. Ah, nee, doch nicht. Er guckt in die andere Richtung. Ich dachte, der guckt zu uns. Gut, hier können sie uns natürlich leicht snipern. Ah, ich hoffe, da ist keiner. Und sie haben uns bemerkt. Okay, los geht's. Ein bisschen draufheizen hier. Boah, das war mal eine scheiß Idee. Wir werden fast gestorben. Das war, das war eine saudumme Idee sogar. Ach du Kacke. Ja, das hätten wir mal besser nicht gemacht. Naja, jetzt haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sonst noch tun. Ja, ich glaube, wir haben ihn erwischt. Ja, wir brauchen dringend Leben. Sind die alle tot? Ja, sieht gut aus. Habt ihr gut gemacht. Sag mir, dass irgendeiner von euch Leben hat. Das sieht aber nicht so aus. Ja, toll. Wir sind voll am Arsch. Hier dringend ein... Boah, hier ist ein Medikits. Sehr gut. Glück gehabt. Wieder mal. Ja, noch ein paar Pläne. Blaupausen und Pläne mit dem Vermerk Night Industries gefunden. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier? Gehen wir da hoch? Nee. Gibt's aber Munition. Ich lade mal das hier nach. MP Schalldämpfer. Okay. Wir haben aber schon einen Schalldämpfer. Können wir einen Schalldämpfer an den Schalldämpfer machen? Ich glaube nicht. Okay. Okay. Gibt's auch noch Munition? Ja, okay. Das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Ja. Na komm, ein bisschen hier. Härteres Geschütz auffahren. Och, die schießen ja hinter uns. Ach, da oben. So ein Arsch. Das war ganz schön gemein. Ja, jetzt darfst du auch runterfallen, bitte. Schön. Warte, warte, warte. Boom. Hä? Jetzt habe ich ein Erpressungsziel dadurch gefunden. Wir sind leider fast dadurch draufgegangen. Also war es eine blöde Aktion. Toll. Na ja, schießen wir ihn jetzt schon wieder. Okay. Ja, das wird nicht so leicht für uns da durchzukommen. Vor allem wo müssen wir jetzt genau lang? Achso, da. Da ist das Geländer kaputt. Da können wir lang. Oh, da ist ein Medikind. Oh, da haben wir auch gleich eins gefunden. Ja, das klingt ja gar nicht gut. Noch ein Tresor. Privatadressen der Ex-Präsidenten vernichtet. Alles klar. Okay, dann wollen wir die mal hier aufmischen. Ich glaube, so weit kommen wir nicht. Ne, so weit kommen wir nicht. Wir müssen uns ein bisschen nach vorne warten. Ziel ist tot. Das Ziel ist auch tot. Hey, diesmal sind unsere KI-Verbündete gar nicht mal so schlecht. Bäm. Huch. Einfach mal runtergefallen. Wo ist noch einer? What? Was macht der denn für ein Schamppi? Hat ihm aber nicht viel gebracht. Tode ist er trotzdem. Nein, 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 nein. Keine Raketenwerfer-Typ. Boah. Von da oben. Okay, wir haben ihn. Alles klar. Alles in die Luft jagen. Boah, jetzt aber du. Boah, Medikin. Das hätte auch böse Endes. Boah, jetzt aber. Boah, das war gemein, du. Komm, stirb da oben. Sehr gut. Nachladen. Boah, natürlich. Jetzt aber, du. Da, für dich. Sehr gut. Ja, da konnten wir ihn von hinten erledigen. Sehr gut. Ja, geil. Eliminiere alle Gegner in Hinterhalten. Ja, das haben wir geschafft. Hat doch gut funktioniert. Dann können wir ja weiter marschieren hier. Bis jetzt ist die Mission nicht allzu schwer. Es funktioniert alles noch recht gut. Hallo. Kontrollpunkt. Munition ist voll. Wir kommen schon. Wir brauchen Unterstützung. Die wahre Identität von Master Roadies herausgefunden. Aha. Okay. Roger, Alpha. Wir kommen. Wir unterstützen gleich mal das Zeit-Black-Obs-Team. Okay, hier. Scharfschützengewehr. Boah. Boah. Boah, ich habe gerade noch das Medikit eingenommen. Aber der, der war krass. Der hätte uns fast eliminiert. Aua. So, das war glaube ich der Scharfschütz. Erstmal alles in die Luft jagen. Das muss einfach sein. Das gehört sich so. Okay, irgendwo da drüben schießt noch einer. Wo denn? Wo schießen wir? Ah, da, da ist er. Ja, toll. Nicht getroffen. Ja, genau zwischen den beiden durchgeschossen. So, jetzt aber. Wo? Da. So, tschüss. Dann war's noch einer. Oder waren das jetzt alle? Schießt zumindest gerade keiner mehr auf uns. Ah, dann nehmen wir aber wieder das hier mit. Das Ding war schon cool. Oder ist da noch einer? Ne, wir können... Natürlich ist da irgendwo noch einer. Ja, natürlich. Und der geht natürlich voll ab. Oh, jetzt aber nicht mehr. Ich wusste doch, dass hier einer ist. Ich hab doch gehört, die Treppe. Nein, wir sind runtergefallen. Nein, wir können nicht mehr hoch. Wir können uns die andere Waffe nicht mehr holen. Na, geil. Das ist kacke. Aber naja, jetzt ist es halt so. Ey, den kriegen wir nicht. Aber die anderen haben ihn gekriegt. Tja, jetzt sind wir unten. Ja, warte mal. Hallo? Waffe? Ah, sehr gut. Okay, wir haben sie wieder. Sehr gut. Am besten, wir rüsten die auch mal aus. Dann sind wir gut vorbereitet, wenn hier noch Typen sind. Und hier sind natürlich noch Typen. Wow, da finden wir aber... Wow, das sieht böse aus. Er ist tot. Er ist tot. Aber wie er auffasst, ich nehme das Medikip. Ja, da drüben sind welche. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Der ist erledigt. Sehr gut. Wow, irgendwo ein Scharfschütze wahrscheinlich da hinten, ja. Okay, gut. Was mit dir, Kumpel? Nein! Stimmt der, der jetzt auch mal schießt, oder? Ne, keine Ahnung. Ja, da. Kommt. Steht natürlich direkt vor der Tür einer. Okay, wo ist der andere? Ist da noch ein Scharfschütz? Wenn ja, wüsste ich nicht wo. Aber er schießt gerade nicht mehr auf uns. Ist ja eigentlich ganz vielversprechend. Frage ist, ob jetzt... Ja, wie viel haben wir hier noch? Vier. Ne, wir haben noch... Ja, wir haben noch genug. Ich behalte die Sniper. Die ist jetzt vielleicht hier ein bisschen besser. Wir kommen! Hört auf, euch zu bewegen. Okay, nachladen. Komm, 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 komm. Okay, wir haben noch fünf Schüsse. Ja, wir kommen ja. Na toll. Wir tun ja, was wir können. Na, die da hinten haben wir auch erledigt. Den da aber noch nicht. Komm raus. Ja, da sind noch mehrere. Okay, den haben wir. Aber den da nicht und ich sehe nichts. Ich glaube, den haben wir auch. Haben wir noch Munition da drauf? Nein, haben wir nicht. Das ist ja jetzt kacke, ne? Können wir da wieder rauf? Ich glaube schon. Können wir nämlich die andere Waffe wieder mitnehmen? Oh, guck mal. Das habe ich ja übersehen. Warte kurz. Ne, wo ist denn unsere Waffe? Nö, sag nicht. Die ist jetzt weg. Ah, haben wir jetzt gerade schafft? Ja, zehn Stück. Sehr gut. Ja, dann können wir ja so weitermachen. Dann ist ja alles gut. So, das ist unser Kumpel da. Gehen wir doch mal hier oben lang. Ah, sehr gut. Gute Entscheidung. Achtung! Mal am Boden! Mist! Müsste ihn voll erwischt haben. Da drüben. Da wartet einer nur, uns zu erwischen, aber nicht mit uns. Ja, auch. Die warten einfach nur. Die können wir schön abfrühstücken. Nein! Keiner verbeten wir aber... Wo? Da. Sehr gut. der ist weg der ist auch weg da drüben sind sie noch haben wir wir versuchen sie ja hier sind unglaublich viele so halbautomatik einzeln schuss das kann man umstellen einzeln schuss jetzt kommen sie aber automatik ist doch trotzdem besser vollautomatik ja vollautomatik wir kommen ja das nachladen da kommt er da kommt okay kommt gerade nicht nach vorne dann gehen wir zu ihm da ist aber noch heilung und die nehmen wir gerne mit hier können sie sich natürlich super gut verstecken wir gehen oben lang und hier unten naja ok da warten sie schon auf uns ja toll da sehe ich raketen wir auf der munition immerhin scharfschutz munition haben wir noch genug kriegen keine nachrichten mehr rein von den anderen und der anderen truppe das ist nicht so gut sind wir denn jetzt wieder gelandet das gefällt mir nicht ich glaube das haben auch das erste mal das ist in der mission laden oder ist aber ganz schön viel zerstört ich glaube hier hat keiner überliebt ja und damit ist wahrscheinlich die mission zu ende wir konnten das zweite black ops team nicht retten normaler schwierigkeitsgrad einsatz ziele so drei von drei erpressungs zielen dokumenten ziele 4 von 5 aufklärungs ziel 1 von 1 bewaffnungs ziel 1 von 1 138 von 138 gegner erledigt missionszeit 35 minuten mission gemeistert die nächste mission heißt kratznai brücke auf normal ja und genau da werden wir dann in der nächsten folge weiterfahren mal gucken was wir da erleben werden bis zum nächsten mal tschüss d Vielen Dank.